Ein herzliches Willkommen, hallo da ist der Biti, euer Bitcoin Trading Informant, hallo und herzlich willkommen zu dem täglichen Preisvorschau. Wir checken heute wieder ein paar Coins, die momentan richtig gut abgehen, aber in erster Linie mal Bitcoin. Warum? Es gibt momentan so viele Geschichten, Mythen und Sagen rund um den Bitcoin, das müssen wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen und genau deshalb gehen wir auch gleich direkt mal rein. Achtung, erster Mythos, erste Sage von Bitcoin. Der Mythos von einem Rounded Top. Ein Rounded Top, ein extrem bearisches Pattern, das sehen wir hier. Und wenn wir uns ein bisschen im Internet umschauen, sehen wir einige Experten, die sagen uns ein Rounded Top voraus. Andere wiederum sagen uns eine Schulter-Kopf-Schulter voraus. Was jetzt? Eigentlich ist es vollkommen piepsegal. Wir schauen uns das nämlich jetzt mal ein bisschen genauer an. Erstens mal sind wir hier in unserem Bitcoin im 4-Stunden-Chart. Da ist natürlich nichts in Sicht von einem Rounded Top oder sonst was, aber da kommen wir gleich dazu. Im 4-Stunden-Chart ist jetzt mal Folgendes passiert. Wir hatten ein Dreieck und sind jetzt mal bullisch aus diesem Dreieck nach oben ausgebrochen. Momentan natürlich auch bestätigt. Wir haben einen schönen bestätigten Ausbruch nach oben. Die Kerze ist aber dabei zu schließen in, sagen wir mal, einer knappen Stunde. Das technische Ziel für diesen Ausbruch nach oben kann man auch hernehmen. Und zwar wäre das jetzt bei dem Ausbruch nach oben das technische Ziel bei 25.700 für Bitcoin, wenn man das jetzt tradet. Okay, was haben wir noch? Wir haben die Fibonacci-Linien und da haben wir ganz genau die 0.382 Fibonacci. Ich tu mal ein bisschen rein. Das ist mal das erste Ziel hier quasi gewesen, vom Ausbruch quasi schon mal das erste. Die haben wir super durchstoßen. Die zweite Fibonacci und da sind wir auch rangekommen. Take Profit ein bisschen. Ganz wichtig bei 0.5. Das ist die 22.800er-Zone. Warum ist das Ganze hier wichtig? Hier hatten wir auch einiges an Widerstand und da sind wir jetzt momentan mal abgeprallt. Also, an der Geschichte sind wir jetzt momentan mal abgeprallt. Ich mache das mal tiefrot. Dann seht ihr das Ganze schon. Okay, da oben ist der fette, fette Widerstand. Da hatten wir schon einige Kämpfe hier. Hat eine gewisse Wertigkeit, aber auf jeden Fall die 0.5 hat momentan mal für ein bisschen Zoff gesorgt. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen runter und der lange Docht hier ist auch ein bisschen gefährlich. Wir waren ja oben schon bei 22.900, kommen jetzt aber ein bisschen runter und ihr wisst, der Bitti mag keine langen Dochte. Der Bitti mag das hier nicht nach oben, damit geht es wieder nach unten. Oder hier nach oben, dann geht es wieder nach unten. Oder hier nach oben, dann geht es wieder stark nach unten. Also, Achtung vor den langen Dochts. Das ist mal die eine Geschichte. Okay, das ist mal der 4-Stunden-Chart. Da sehen wir schon mal, Ripponband kommt auch von unten nach oben als Support bei 22.000 schon daher. Ja, super. RSI ganz oben schon momentan, überkauft, knapp überkauft. Achtung und EMAR, Blödsinn, MACD da unten kommt auch daher und der ist auch schon recht hoch nach oben gegangen. Wir wissen ja, RSI kann auch längere Zeit überkauft sein. Habe ich letztens mal nicht gesagt. Wurde mir sofort in einem Kommentar gesagt, Achtung, sagt das doch auch. Ein RSI kann auch längere Zeit überkauft sein. Vollkommen richtig, Freunde. Kann auch längere Zeit überverkauft sein. Jetzt geht er mal richtig hoch im 4-Stunden-Chart und der MACD zeigt noch momentan, momentan keine Schwäche. Ihr seht es schon, super blaue Linie über der braunen und noch kein Cross in Sicht und auch noch momentan keine hellgrüne Kerze in Sicht. Also, alles gut für den Pump nach oben, aber, aber, aber Achtung, jetzt mal ein bisschen beobachten. Okay, so viel mal dazu. Ich habe euch aber gesagt, wir schauen uns ein bisschen die Mythen an, wir schauen uns ein bisschen die Legenden an. Und da haben wir momentan Folgendes am Schirm. Nehmen wir mal hierher unseren, ähm, unseren Linien-Chart. Da haben wir jetzt möglicherweise ein Rounded Top. Nochmal zur Erinnerung. Ein Rounded Top startet hier, geht rund drüber mit einem Bogen und kommt wieder zurück. So, und dann fällt er aber runter hier, aber sowas von runter. Und zwar zeige ich euch das gleich. Wobei es jetzt eigentlich ziemlich egal ist, ob es ein Rounded Top ist oder ob es hier eine Schulter-Kopf-Schulter ist. Rounded Top. Starten wir damit. Ich sage es nochmal, es klingt so cool. Rounded Top. So, wir starten hier, wir enden hier und haben dann hier den Bogen. Wir würden für ein Rounded Top ein bisschen weiter runter müssen. Das wäre dann in etwa so. Das wäre ein Rounded Top. Ich spreche ein bisschen Englisch. Das wäre ein Rounded Top, okay. Und die große Frage ist natürlich auch, wo startet es? Meiner Meinung nach müsste es hier starten. Meiner Meinung nach müsste es hier nach oben gehen. Und da müssten wir hier unten eine Trendlinie zeichnen. Schauen wir uns das mal hier bei den Kerzen an. Dann würde ich das Ganze hier so sehen. So in etwa. Jetzt nicht wirklich schön, aber könnte durchaus passieren. Wir sind aber jetzt mal aus dem Ganzen nach oben hin, sagen wir mal, ausgebrochen. Rounded Top, momentan mal ein bisschen zerstört, nach oben hin ausgebrochen. Es kann natürlich auch ein Rounded Top so werden. Also das ist es natürlich auch nicht. Es kann nochmal hier runter gehen. Dann haben wir irgendwo hier unten unseren Widerstand, unseren Support. Und dann kann die Sache auch so ausschauen. Und dann sind wir perfekt noch im Rounded Top drinnen. Wir können ja jederzeit drüber spiken. Also Achtung. Rounded Top ist schon durchaus möglich. Und wenn wir uns dann ein Ziel nach unten anschauen, dann gibt es natürlich hier die Linie von oben. Na, schaffe ich das. Die Linie von oben nach unten. Und das wäre das hier auch unser Ziel nach unten. Und das Ziel nach unten wäre dann bei 16.800. So. Viel mal dazu. Zu diesem Mysterium Rounded Top. Jetzt hören wir auch noch ganz oft, okay, nein, kein Rounded Top. Wir hören auch noch oft, eventuell sehen wir hier eine Schulterkopf-Schulter. Schauen wir uns das mal an. Schulterkopf-Schulter. Auch hier das gleiche Spiel. Das würde hier die linke Schulter ergeben. Das würde den Kopf ergeben. Das wäre die rechte Schulter. Und dann natürlich die große Frage, brechen wir dann irgendwo nach unten durch. Dann sind wir schon wieder beim Kaffeesudlesen. Wir könnten hier vielleicht so eine schöne Linie nach oben zeichnen. Und wenn wir hier die nochmal retesten würden, irgendwo da unten bei 21.700. Achtung, würden wir die rechte Schulter bauen und würden wir dann vielleicht nach unten durchbrechen. Und auch hier haben wir ein Ziel bei dieser Schulterkopf-Schulter, das wir uns anschauen müssen. Das wäre jetzt hier irgendwo unten bei, nicht ganz so schlimm wie beim Rounded Top, 18.500. 18.500 hat hier mit dem letzten Spike auch einiges gemeinsam. Machen wir hier mal eine Linie rein. So, da sind wir nämlich jetzt bei nächsten großen Support 18.4. Es soll ja nicht runtergehen, ich weiß das schon. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass wir hier auch bei Bitcoin ein größeres Pattern bauen und dann wieder nach unten knallen. Ich habe noch immer nicht vom Schirm im Tagesschart unser M-Pattern. Ich habe das noch immer irgendwo hier oben. Schaut mal, unser M-Pattern. M-Pattern wie das hier. Ein M von unten nach oben und dann wieder zurück. Momentan brechen wir ein bisschen seitlich aus. Momentan so runter. Aber das M-Pattern ist noch immer möglicherweise hier, dass es ausbricht. Noch etwas möchte ich euch zeigen. Ich gebe nochmal alles weg. Und zwar momentan bauen wir noch etwas. Ich komme jetzt ganz darauf an, wie das Ganze jetzt so bleibt. Aber wir haben da eine Linie von hier nach hier. Und wir haben da eine Linie von hier nach hier. Ein Broadening Wedge. Sollten wir hier nicht drüber kommen und nochmal durchstoßen nach unten. Achtung, kann das Ganze tief nach unten gehen. Und dann eventuell nach oben ausbrechen. Aber natürlich auch nach unten. Minus 8000, lieber Hege. Ja, möglich. Und so schaut das Ganze jetzt mal für Bitcoin aus. Ich gehe jetzt mal nicht länger darauf ein. Sonst wird die Zeit heute zu kurz. Ich gehe jetzt auf folgendes ein. Und zwar schauen wir noch kurz in Coin Codex rein. Und da schaut bei Bitcoin momentan die Situation jetzt doch schon ein bisschen anders aus, als in den letzten Tagen. Wir haben die 5-Tages-Prediction, die uns sagt, wir gehen nochmal ein bisschen hoch. 22,8. Dann wieder runter. Dann ein schöner Spike nach oben auf die 24. Dann hier sogar ein bisschen wieder runter auf 22, 21. Dann hoch auf 25. Die 3-Monats-Prediction sagt uns heraus, okay, 17.800. Hier 11.000, 10.000 noch immer am Schirm. Und dann Ende des Jahres wieder hoch. Es hat sich nicht allzu viel getan. Muss man auch dazu sagen. Achtung, eines im Tages-Chart. Wir hatten gestern einen Bullischen Engulfing. Ein super Bullish-Reversal-Pattern. Wir sind von oben runtergekommen, haben jetzt den Bullischen Engulfing und könnten jetzt wirklich schön nach oben abgehen. Ja, das wäre durchaus möglich. Und somit kommen wir zum Thema Litecoin. Litecoin sagt uns bei Coin Codex-Prediction, okay, wir gehen jetzt noch ein bisschen nach oben. 96, ein bisschen nicht allzu viel. Wir sind ja schon bei 96. Und dann nochmal kurz auf 99 hoch, 91 runter, okay. Die Monats-Prediction zeigt uns an, wir steigen schön nach oben. Die 3-Monats-Prediction, Achtung, wir fallen dann wieder runter. Es kommt der böse Sommer. Und erst die Jahres-Prediction zeigt uns dann wieder an, 145 Dollar. Wo ist jetzt momentan das große Problem? Das große Problem bei Litecoin ist, da kommen wir gleich dazu, ist nämlich jetzt noch nicht das hier. Wir haben im, nicht vergessen, Wochen-Chart hier einen bösen, bösen, bärischen Delibration. Ein Delibration, ein bärisches Reversal mit einer Medium-Wahrscheinlichkeit, dass es von hier nach unten geht. Zusätzlich auch noch einen Doji. Und momentan machen wir auch hier so einen kleinen Bogen nach unten. Achtung beim Litecoin. Schaut jetzt nicht so gut aus eigentlich momentan wie beim Bitcoin. Der Bitcoin ist ja gut nach oben ausgebrochen. Wir hatten hier auch noch am 13. Februar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Fallings-Rim-Madots. Bärisches Continuation-Pattern, dass wir weiter hier nach unten gehen. Jetzt geht es ein bisschen nach oben. So, okay. Aber jetzt gehen wir mal direkt rein in den Litecoin. Und genau so schaut der Litecoin und der aktuelle Trade von mir auch aus. Litecoin, Cup und Handle-Pattern. Hier hatten wir das Cup, hier hatten wir den Handle. Er ist perfekt nach oben ausgebrochen. Technisches Ziel, wie gesagt, 138 hier. Achtung bei 127, fetter Widerstand. Aufgrund dieser vielen, vielen, vielen Knautschis hier. Aufgrund dieser vielen, vielen, sagen wir mal Spikes hier genau in diese Zone. Also, da haben wir auch die 0236 Fibonacci genau bei 128. Da ist also der fette, fette Widerstand. Aber warum gehen wir momentan hier nicht über die 100? Die 100 sind so ein großer, großer psychologischer, psychologischer Widerstand. Machen wir genau deshalb mal bei 100 einen fetten Widerstand rein. Der geht hier los in etwa und geht hier rüber. Und den machen wir natürlich rot. So, die 100 Dollar, der psychologische Widerstand bei Litecoin. Wenn wir es drüber schaffen, natürlich der Support. Momentan sind wir aber leider noch darunter. Wir hatten oder haben hier sehr hohe Wertigkeiten und sehen das auch immer wieder hier. Superfights hier in dem Bereich Superfight, Superfight, Superfight. Sind jetzt wieder hier am Superfight bei der 100er Widerstandszone. Die große Frage, werden wir rejected oder spielt hier das Cup und Handel weiter nach oben aus? Das müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Nicht vergessen, wir sind nach wie vor beim Litecoin in einem Abwärtskanal, der aber so aussieht. So, Abwärtskanal. Sind über die Mitte gekommen, was gut ist. Und sind hier momentan mal über die Mitte schön nach oben ausgebrochen. Jetzt, wie gesagt, die 100 Dollar, die sind der große, fette Widerstand. Holen wir uns jetzt mal ein bisschen was dazu. Schauen wir uns jetzt mal den RSI an, Relative Strength Index. Und schauen wir mal, was der sagt im Tageschat. Und der sagt uns im Tageschat hier, tun wir das mal ein bisschen hoch, rein, hoch. Der sagt uns im Tageschat hier, wir gehen nach unten. Sind jetzt wieder an unserer wichtigen Based MA-Linie angelangt. Große Frage, schaffen wir den Cross ja oder nein? Oder werden wir hier weiter nach unten rejected? Durchaus möglich. Wir bauen nämlich auch beim RSI hier einen Abwärtskanal, der so aussieht. Sieht mir eigentlich gar nichts, was ich hier mache. So sieht er besser aus. Abwärtskanal, Mittellinie, sind wir momentan ein bisschen drüber. Und die Based MA-Linie, die ist unser fetter Widerstand momentan im RSI. Wir sind bei 57 Punkten, ist eigentlich nicht spektakulär. Alles gut. Aber trotz allem nicht vergessen, wir haben den Abwärtskanal auch beim RSI. Dann haben wir noch im Tageschat den MA-ZD und den holen wir uns auch mal dazu. Und der MA-ZD, der zeigt uns im Tageschat, okay, wir kommen jetzt Leute. Wir kommen von unten nach oben. Wir brechen aus. Erst die Kerze ist schon hellrot. Schaut gut aus. Wir haben noch keinen Cross. Aber ja, das könnte jetzt passieren, dass wir nach oben ausbrechen. Schauen wir uns noch ganz kurz die Candlestick-Patterns an. Da haben wir momentan nichts Aktuelles. Also schauen wir uns die gleich noch gar nicht an. Die vergessen wir wieder. Schauen wir uns dazu jetzt mal an den Golden Cross, Death Cross. Da ist er im Tageschat. Nicht vergessen, wir haben den Golden Cross. Nicht vergessen, wir haben super schön grünen Support hier oben mit der grünen Linie bei 87,10. Alles gut. Kommen hier auch nach oben. Solange wir über der grünen Linie bleiben, ist auch alles gut. Und der Golden Cross schaut hier gar nicht mal so schlecht aus. Wie schaut es in der Woche aus? Und nicht vergessen, in der Woche schaut es nicht so schön aus. In der Woche haben wir nämlich einen Death Cross. Hier, Death Cross. Im Oktober hatten wir das schon. Und wir haben jetzt einen fetten Widerstand. Und das muss ich euch ein bisschen genauer zeigen. Erstens mal, der MA-ZD in der Woche baut ab. Achtung, wir haben die ersten hellgrünen Kerzen. Check. Okay, haben wir. Dann haben wir den RSI. Der geht gut nach oben, ist noch nicht überkauft. Aber kommt schon richtig gut nach oben. Und was haben wir noch? Weg damit. Ich zeige es euch mal, damit alles klar hier ist. Genau diese Situation momentan mit dem Litecoin. Also, rote Linie, mega fetter Widerstand. Was ist die rote Linie? Ihr wisst es schon. 200er SMA Linie, mega fetter Widerstand. 101 kommt natürlich genau jetzt dort, wo wir ihn überhaupt nicht brauchen, wo wir auch den 100er Widerstand haben. Werden wir jetzt hier rejected oder nicht? Wir sind genau jetzt drinnen zwischen der roten Linie und der grünen hier unten. Also haben wir hier einen ganz, ganz tollen Seitwärtskanal. Und da drinnen müssen wir jetzt mal schauen, was geht hier ab? Schaffen wir den Ausbruch hier nach oben oder bleiben wir in dem Kanal und geht es hier wieder nach unten? Holen wir wieder ein bisschen Luft. Achtung, dann könnte es auch wieder auf die rote Linie runtergehen, auf 73, 70, 75, je nachdem, wo wir hier ranstoßen. Das ist so mal meine Überlegung, die ich momentan habe. Wie gesagt, technisches Ziel, das bleibt alles aufrecht, wenn wir unser Cup und Handel anschauen. Bleibt das alles. Aber, 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 wir haben Probleme hier momentan und da müssen wir eben jetzt mal wirklich drüber. Ansonsten könnte das ein Problem werden. Eines noch, alles nochmal schnell weg, alles nochmal raus und auch den RSI. Und holen wir uns im Tageschart, der ja sehr gut ausschaut momentan, schnell mal dazu. Das Ribbon Band, das schauen wir uns auch noch an. Mit dem kämpfen wir gut nach oben momentan. Wir bleiben auch bestätigt immer drüber. Alles gut, können wir das Ribbon Band rausgeben. Und eines noch zum Schluss, und zwar ist das der Ichimoku. Ichimoku. Und da haben wir auch ein Riesenthema. Ein Riesenthema, seit dem Pump waren wir fast nie mehr an der roten Linie. Hier sind wir sogar mal unterhalb geschlossen. Gefahr, jetzt wieder darüber. Also momentan harter Fight mit blauer und roter Linie. Das sind die 29er und 26er Durchschnittslinien beim Ichimoku. Momentan können wir da drüber bleiben, momentan schaut es gut aus. Aber Achtung, Achtung, wir haben wie gesagt da oben einen fetten Widerstand. Da kommen wir momentan nicht drüber. Wir sind schon ein paar Mal drauf gespiked hier. Und sogar ein bisschen drüber gespiked über den 100er. Aber ja, fetter Widerstand. Leute, das war's für heute. Bitcoin mit den Mythen und Sagen. Und der Litecoin, das hatten wir heute am Schirm. Morgen die nächste Preisvorschau. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich darüber, dass es euch gefallen hat. Und natürlich ist all dies kein finanzieller Ratschlag. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Tschüss und ciao. Euer Biti, euer Bitcoin Trading Informant. Auch euer Litecoin. Liebe Grüße gehen raus an den Lauterbach. Ciao, ciao.